Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu dem neuen Video, wo wir nochmal in meine komplette Sammlung reinschauen. Ich werde jetzt nicht jede Karte einzeln wieder kommentieren, dafür hat sich einfach zu wenig getan bei den meisten Sachen hier. Aber so auf einzelne Karten werde ich nochmal eingehen und ansonsten euch einfach nur komplett immer die Seiten einmal zeigen, was so drin ist. Und ja, für die Leute, die halt jetzt noch nicht die Sammlung kennen, ist das dann ansonsten, würde ich mich da etwas kürzer halten. Für die Leute, die halt schon länger bei mir zuschauen, die kennen ja das eine oder andere schon. Genau, also was ist dieses Jahr dazugekommen? Hier bei meiner Uria-Sammlung ist natürlich dann der Uria im Speed Duel hinzugekommen, was mich sehr gefreut hat. Und damit habe ich wieder die vollständige deutschsprachige Uria-Sammlung sozusagen. Dann kommen wir hier zu der Magier-Seite, wo ich so ein paar verschiedene Magier-Karten, die ich cool finde, halt reingepackt habe. Und da ist dieses Jahr der Dunkle Paladin in Prismatic Secret Rare, japanisch, dazugekommen, weil bei uns gibt es den ja nicht in dieser Rarität. Und er ist auch relativ teuer, deswegen habe ich darauf verzichtet und habe mir dann eine deutlich günstigere Version geholt, die ich schicker finde. Und hier einmal die Dinosaurier. Da hat sich auch nichts mehr getan. Ich suche auch nicht mehr aktiv jetzt nach Dinosauriern, ich bin mit der Seite eigentlich sehr zufrieden. Von daher passt das schon. Sehr dunkles Magier-Mädchen. Hier habe ich mir auch, ich kann das ja mal kurz rausnehmen, bei solchen besonderen Karten geht das, das dunkle Magier-Mädchen auch in Prismatic Secret Rare im unzensierten Artwork herangeholt. Und, ja, ich glaube, ich muss das auch mal aus der Hülle rausnehmen. Sonst, ja, jetzt erkennt man den Prismatic-Effekt. Nicht? Unzensiertes Artwork und Prismatic Secret Rare Effect. Das ist einfach nochmal eine Aufwertung gewesen, weil in dem unzensierten Artwork ist die bei uns ja bis heute nicht erschienen. In Japan logischerweise schon. Und da gibt es hier natürlich mehreren Versionen. Und ich hatte vorher die Ultra Rare Version. Und da habe ich mir jetzt die Prismatic halt mit rangeholt. Und, ja, auch hier die Osrush-Tool ist dabei. Und hier geht es auch nochmal weiter mit Karten, wo das dunkle Magier-Mädchen drauf ist. Ist sozusagen halt so eine Sammlung von einem dunklen Magier-Mädchen. Ja, wer mag sie nicht? Und da habe ich dann hier nochmal so eine Auswahl mit drin, wo sich nicht viel geändert hat. Ja, hier ist dieses Jahr natürlich auch was dazu gekommen in Verbindung mit meinem Video. Was ist hier los? Wo ich über die Oskillohelden und diesen Namenswirrwarr geredet habe. Super interessantes Video, wie ich finde. Kann ich euch oben nochmal einblenden. Und da habe ich mir natürlich auch extra für dieses Video auch diese Oskillohelden- bzw. Wattkind-Karten herangeholt. Sogar diese alte Bandai-Karte ist mit dabei, weil die war nämlich auch wichtig zu dem Thema. Ja, und dann gibt es auch noch Karten, wo der Oskilloheld 1 und 2 auch zu sehen ist. Gerade hier die Karte Urteil des Donners gefällt mir sehr, sehr gut. Und deshalb hier komplett neu in die Sammlung aufgenommen. Hier sind noch ein paar Rush-Duel-Karten von der Walküre, weil ich das einfach ganz cool fand, dass die hier nochmal so ein paar neue Artworks sozusagen bekommen hat. Ja, dann hier diese Aizu, Koizu, Soizu, Deuzu Seite. Ich finde diese Männchen einfach witzig und habe dann auch hier eine Rush-Duel-Karte mit dabei. Und ja, die sind jetzt doppelt. Einfach so ein bisschen als Platzhalter, falls nochmal was Neues kommt. Habe ich da für die auch eine extra Seite. So, hier sind die Drachen. Einmal natürlich der rotäugige, schwarze Drache. In verschiedenen Variationen. Gold-Rare und dann nochmal aus der Tin, die Spezialversion mit dem tollen Artwork. Der Black-Skull-Dragon und das Baby natürlich auch dazu. Und ähnlich dann bei dem blauäugigen, weißen Drachen das Ganze. Obwohl ich auch noch einen Platzhalter habe. Ich habe jetzt gerade vergessen, wofür. Welche Variante wollte ich denn da haben? Jetzt bin ich gerade ein bisschen überfragt. Ich bin gerade selber ein bisschen überrascht, warum ich den hier zweimal... Irgendeine Variante wollte ich dann... Also es gibt ja noch mehrere Artworks von ihm. Und eins davon wollte ich mir noch ranholen. Aber ich komme gerade nicht drauf. Ich glaube, dieses Jahr auf dem Flohmarkt hatte ich den blauäugigen, ultimativen Drachen in Secret Rare bekommen. Aber ich kann mich auch täuschen. Es kann noch ein letztes... Ne, es muss Anfang dieses Jahr gewesen sein. Da hatte ich auch ein Short-Video zugemacht. Ja, noch so ein paar ausgewählte Drachenkarten, sage ich mal, beziehungsweise besondere Karten. Der Barrel-Dragon, auch nochmal hier in seinem alternativen, beziehungsweise unzensierten Artwork. Exodia Negros aus Dark Crisis. Da hatte ich auch eine Aufwertung in einem anderen Ordner. Von daher ist die jetzt hier mit drin gelandet. Und hier diese drei ikonischen Karten aus den damaligen Structure Decks. Die auch überraschend günstig zu bekommen sind. Und dann hier einmal Ninja Samurai Sammlung so ein bisschen. Im Mittelpunkt natürlich mein Strike Ninja, den ich damals von meinem guten Freund geschenkt bekommen habe. Netterweise, weil ich nichts zum Tauschen hatte, aber die Karte unbedingt haben wollte, hat er dann irgendwann netterweise gesagt, Ja komm, ich brauche sie jetzt nicht unbedingt. Wenn du die unbedingt haben willst, nimm sie. Ja, die Gefahrmonster sind auch hier einmal vollständig vorhanden. Das ganze Thema ist ja auch fantastisch. Die dazugehörigen Zauberfallen-Karten natürlich auch in der Sammlung. Und hier nochmal das Alternativ-Artwork von Bigfoot oben. Bin mal gespannt, ob noch neue Gefahrmonster kommen. Es gäbe ja noch das eine oder andere, was man da umsetzen könnte, theoretisch. Mal schauen. Ja, hier so ein bisschen Mythen sagen sollten das werden. Oder ist die Sammlung, bin ich so ein bisschen bei. Ja, aber auch mit besonders günstigen und besonders teuren Karten hier. Gröner Phantomkönig und Königin des Herbstlaubs. Das sind natürlich zwei zusammengehörige Karten, die völlig unterschiedliche Preise haben. Ja, hier auch nochmal Leviadragon, Daedalus und seine erweiterte Form. Auch sehr cool. Und dann halt so ein bisschen Atlantis-angehauchte Sachen. Ja, dann der tausendäugige, äh, der tausendäugige Drache, genau. Der tausenddrache und der hundertdrache. Fand ich ganz witzig, dass sie das nochmal aufgegriffen hatten, dieses Thema. Und dann nochmal so umgesetzt haben. War ganz witzig. Das sind aber auch schon Karten, die habe ich auch schon seit zwei Jahren, glaube ich, drin im Ordner. Ja, hier oben, das ist meine selbstgezogene Collector's Rare. Von Guilty Gehfried. Der magische Stahlritter. Erzlacerato und Debelmalzera waren aber auch schon drin. Wenn ich mich recht, oh, Entschuldigung, wenn ich mich recht erinnere. Ja, hier haben wir dann, habe ich angefangen, die alten Secret Rares sozusagen zu sammeln. Also wirklich aus den Originalsets noch, nicht aus der Anniversary. Packs, die dieses Jahr rausgekommen sind. Also das sind wirklich die alten. Daher sieht man auch hier der dreiväugige Drache. Der Rand ist halt ein bisschen gedamaged. Dafür ist es halt wirklich einer von diesen alten Set. Und hier auch nochmal so eine Ansammlung von Karten, die ich einfach cool fand, die in Secret Rare waren oder halt in einer Tinbox drin enthalten waren. Ja, hier die Hot Babes Sammlung sozusagen. Oder Waifu, keine Ahnung, wie man es nennen möchte. Da ist tatsächlich jetzt durch Age of Overlord diese Karte hinzugekommen. Die fand ich einfach schick. Die passt hier gut rein. Vielleicht mal ein bisschen so halten, ohne diese Reflexion. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich das damals gemacht habe. Bei meinen allerersten Videos, wo ich zum ersten Mal die Sammlung zeige, hat das irgendwie besser funktioniert mit dieser Reflexion. Ich kriege das inzwischen überhaupt nicht mehr hin. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich sitze mit demselben Equipment hier. Und es funktioniert einfach nicht mehr. Also keine Ahnung. Deswegen verzeiht mir, dass das so ein bisschen ruckelig vielleicht manchmal ist. Ein bisschen sehr spiegelt. Aber egal. Die Vampire. Ich glaube, hier habe ich auch nichts geändert im Laufe der Zeit. Da ist, glaube ich, auch letztes Jahr durch Ghost from the Past 2 hier Vampirzauberer zum Beispiel dazugekommen. Aber ansonsten gibt es auch hier jetzt eigentlich nicht viel Neues zu berichten. Das ist dann eher im anderen Ordner, wo sich was getan hat. Und ja, und ich bin natürlich auch noch ein riesen Fan von Moki Moki. Und deshalb hat er hier auch gleich eine Doppelseite bekommen, wo ich alle Karten natürlich sammle, wo er drauf ist. Da steht uns ja beim Speed Duel bald auch noch was ins Haus. Da bin ich gespannt, ob das Thema dann etwas spielbarer wird und ob wir den treibenden Moki Moki noch dazu bekommen. Und dann haben wir hier nochmal ein allgemein Halloween-Thema. Ja, den Jacko Bolin hatte ich ja in meinem Halloween-Special. Ja, ich verrate jetzt nicht, welcher Platz, aber da ist er auf jeden Fall mit drin in der Liste. Mit reingenommen. Hier nochmal so ein paar Halloween-angehauchte Karten. Ja, gemummeltes Waldes war auch in der Liste mit drin. Das passt einfach und deswegen wundert, denke ich mir auch nicht, dass das jetzt hier mit auftaucht. Ja, mein Lieblingscharakter Pegasus ist hier auf einer Seite verewigt mit seinen ikonischen Monstern. Ja, also hier unten auch in Secret Rare sind die alle. Und hier habe ich nochmal so eine Ansammlung von diesen verschiedenen Gold-Rare-Sachen mit verschiedensten Macherarten. Also das Gold-Rare von 2022 war das, glaube ich, ist natürlich deutlich schicker als das Secret Rare Gold Rare, wie man das auch immer nannte, aus den früheren Editionen. Da hat sich auch so ein bisschen was getan in der Optik. Also es ist deutlich besser geworden. Ja, die Erzunterwäldler, die ursprünglichen, die Schacherzunterwäldler, sagt man ja auch, habe ich hier alle einmal vollständig. Leider, leider, leider sind sie mir nicht vergönnt beim Spielen. Also beim Spielen bin ich leider sehr schlecht mit denen. Das ist ein Themendeck, was irgendwie nicht so auf meiner Seite ist, leider. Ja, hier geht das, das ist jetzt hier quasi Dante's Inferno, ne, mit Virgil und Dante und seinen verschiedenen Formen, die er dann halt durch die Reisen sozusagen annimmt. Und ja, der Flammensee ist mit drauf. Beatrice natürlich seine Liebe, die er da wiederfinden möchte. Ja, was komplett neu ist, auch durch ein Set, was dieses Jahr rauskam, das war das Maze of Memory. Da kam nun endlich der Torwächter und seine Teile in der Form, beziehungsweise mit den Fusionsmonstern, wie es von Anfang an hätte sein müssen. Ja, hier vereinigt der Torwächter. Ja, so hätte der Torwächter eigentlich ursprünglich rauskommen müssen, weil er ist ja sogar im Manga beispielsweise als Fusionsmonster bezeichnet worden. Das Fusionsmonster Torwächter, ja. Dass man ihn als normale, ey, als Effektmonster gemacht hat, damals habe ich noch nie verstanden. Ich habe schon immer mich gefragt, hä, es gibt doch Fusionsmonster. Warum hat man den Torwächter nicht als Fusionsmonster gemacht? Damit wäre er zumindest mal zu beschwören gewesen, ja. Also, naja, egal. Also Gebrüder Paradox haben hier natürlich eine Seite bekommen mit ein paar ikonischen Karten. Da hat ein neues Set wirklich viel geliefert für die Sammlung. Und hier kommen wir jetzt schon zu den Spirit Charmer, ja, Gefährten, sage ich mal, und ihren verschiedenen Formen, nicht? Der kleine Drache wird dann zu Ranryu und später zu dem Rasenryu, okay, ich habe jetzt irgendwie an Gras gedacht, Feuerfuchs und so weiter. Und auch das Murmeltier hier in seiner Form. Gargagigo als nächstes mit, ist ja auch mit vielen verschiedenen Karten vertreten. Von daher auch eine ganze Seite hier natürlich für ihn hinzugekommen. Und da haben wir dann schon die erste der vier Spirit Charmers, die Aousa in verschiedenen Formen und Artworks und Altern und, ja, Alterstufen. Und mit zwei relevanten Zauber- und Fallenkarten noch dazu. Ja, mein Lieblings Spirit Charmerin, die Aria, auch in dem Lost Art, Artwork natürlich. Hiita, da kam ja dieses Jahr auch eine neue Karte raus, das ist die hier, Hiita, die Flammenkanalysiererin, ist dieses Jahr die Sammlung hinzugefügt worden. Ja, da gab es ja schon mal von der Win, genau hier, die Winkanalysiererin, gab es ja schon mal eine Version und da hat man jetzt mit Iita nachgelegt und dann müsste von Aria ja hoffentlich auch nochmal was kommen. Ist noch nichts am Horizont zu sehen gewesen. Ja, Lina weiß ich nicht, da fehlen noch so ein paar Karten, ich weiß nicht, ob sie die nochmal nachliefern. Konami lässt sich ja teilweise recht viel Zeit mit bestimmten Themen da mal was nachzuliefern. Mal gucken, was da noch so kommt. Ja, hier an den klassischen Zauberkarten aus den Originalsets hat sich jetzt auch nichts getan. Bei den Fallenkarten habe ich jetzt einmal das Angriff annulieren rausgenommen, weil ich das für meine Prismatic-Sammlung brauchte. Also hier wäre noch Platz für eine nostalgische Karte. Und auch bei den Spielmarken hat sich jetzt nicht viel verändert. Genau. Damit wären wir beim ersten Ordner durch und kommen jetzt schon zum zweiten. Schlagen wir gleich mal auf. Da haben wir dann natürlich die Götterkarten einmal in ihren drei Varianten. Da ist jetzt nichts Neues passiert. Auf der nächsten Seite allerdings schon. War das in diesem Jahr? Ne, das war auch letztes Jahr die TIN. Okay, krass. Also ich habe irgendwie, die TIN 22 hängt mir irgendwie noch nach. Weiß ich nicht warum. Hier die drei Götterkarten in dem Pharao Rare aus Kings Occurred. Da nochmal ein Gold Rare. Ja, und ich habe es mir auch alle drei in, also den hatte ich ja selber gezogen in meinem damaligen Opening von der Legacy Collection. Oder Legendary Collection. Ach, den Namen vergesse ich immer wieder. Und da hatte ich ja den Rare schon gezogen und habe mir dann Slifer und Obelisk noch rangeholt. Und ich muss euch mal eine Sache zeigen, die ich richtig genial finde bei Slifer. Denn hier ist er endlich mal auf der Rückseite wirklich so dunkelrot, wie man es sich immer nur wünschen kann. Also ich weiß nicht, ob man das Video jetzt so sieht. Ich muss ihn vielleicht mal aus der Hülle auch ein bisschen rausholen. Moment. Ja, ein richtig schönes, tiefes Rot. Bei den anderen Karten, bei dem GBI Slife und so weiter, ist das immer so orange, bräunlich. Das gefiel mir immer nie so richtig. Und hier, ach, das sieht fantastisch aus. Also da ein großer Pluspunkt an diese Quarter Century Secret Rare Version. Wirklich gebraucht hat man sie jetzt natürlich nicht, weil so oft wie er geprintet wurde. Aber hey, warum nicht? Ich glaube, der Kugelmodus ist auch neu hinzugekommen. Den ägyptischen Götterschleim muss ich noch hier einsortieren. Ich weiß aber noch nicht so richtig, wo, wie und was. Pharaonische Ankunft ist, glaube ich, auch dieses Jahr dazugekommen in der Sammlung. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Gibt es in Japan auch als Starlight Rare. Fand ich sehr, sehr cool. Ansonsten hier natürlich über den Geist des Pharao habe ich genug geredet. Also das spare ich mir jetzt. Hier meine Exodia-Seite, auch mit der Shin Exodia. Und Exodia-Nekros hatte ich mir letztes Jahr zu Weihnachten in Secret Rare geholt. Und also hat sich hier entsprechend noch nicht so viel getan. Ja, die hatte ich, die Horus-Sachen hatte ich dieses Jahr auch auf Flohmarkt, glaube ich, bekommen. Das ist, glaube ich, auch komplett neu durch die drei Versionen. Jetzt habe ich die drei Level. Ja, hier auch nochmal Kardan, der Hellsichtige. War ja auch eine von den ägyptischen Karten, die dieses Jahr gekommen sind, wo ich mich sehr drüber gefreut habe. Ansonsten hat sich hier auf den Seiten nur geringfügig, glaube ich, die Reihenfolge so ein bisschen geändert. Ich musste es etwas umsortieren, weil wir haben ja dann ja nochmal in Age of Overlord so viele coole ägyptische Karten bekommen, dass ich hier dann so ein bisschen Platz machen musste. Beziehungsweise ich müsste sie eigentlich noch vorsortieren, also ein paar Seiten weiter vorne. Jetzt sind sie nämlich ganz hinten. Da bin ich auch noch nicht zugekommen, weil ich noch nicht so richtig wusste, wo, wie, was hin und naja. Ja, ein Highlight haben wir jetzt hier. Muss ich auch mal rausnehmen hier aus der Hülle, um euch das zu zeigen. Allerdings vorsichtig, weil das ist eine recht teure Karte, weil wir es hier nämlich mit dem Gold-Sarkophag in Pharao Rare zu tun haben. Schauen, ob ich das hinkriege jetzt hier mit der Kamera. Da haben wir den Effekt. Da sieht man es sehr, sehr schön und deutlich, die Hieroglyphen. Also diese Rarität ist mein absoluter Favorit. Gerne mehr davon, gerade bei den ägyptischen Karten sollte es eigentlich schon fast Pflicht sein, dass sie da immer eine Pharao Rare-Variante nochmal mit anbieten. Das finde ich nämlich so ein bisschen schade, dass sie zwar jetzt ägyptisch angehauchte Karten wieder rausbringen, allerdings ohne den tollen Raritäteneffekt. Ja, mal schauen, vielleicht kommt da ja noch was. Judgment of the Pharao müsste auch dieses Jahr dazugekommen sein. Der ist relativ günstig, den kriegt man für 30 Euro ran. Wundert mich eigentlich eine Karte, die es wirklich nur als limitierte Promo-Jump-Karte gab, wo sogar der Pharao mal selbst drauf zu sehen ist. Also es ist wirklich selten, dass mal ein Charakter drauf zu sehen ist. Und dass die nur 30 Euro wert ist, wundert mich eigentlich. Also von daher, wer die Karte jetzt hier zum ersten Mal sieht oder davon hört und begeistert ist, holt sie euch ran. Sie ist günstig. Sie ist wirklich günstig. Gerade wenn ich das falle, das kann ich auch nochmal schnell zeigen. Die ist nämlich auch in... Moment, Vorsicht. Im Pharao Rare. Die habe ich mir auch dieses Jahr, glaube ich, rangeholt. Ich bin mir relativ sicher. Ich habe auch schon drüber gesprochen, das weiß ich. Ja, hier sieht man es. Ja, der Lichteinfall ist immer ein bisschen kompliziert bei der Rarität, aber das mag ich eigentlich, dass man zum einen die Artworks noch gut erkennt und zum anderen aber im bestimmten Winkel dann aber auch sehr hieroglyphenüberflutet dann wieder ist. Also es ist irgendwie schön ausbalanciert, das Ganze. Ja, hier nochmal zu den heiligen Ungeheuern. Die entsprechenden Karten haben man in Ultimate Rare sogar. Hier nochmal die drei Support-Karten, die dazugekommen sind. Moment. Hier oben, äh, das verlorene Paradies ist, glaube ich, noch dazugekommen dieses Jahr. Genauso wie Amatile, das Chaos Phantasma. Das hatte ich nämlich gerade hier auf dem Schirm. Das habe ich durch Zufall gesehen. Dachte mir, oh hey, das hatte ich ja gar nicht gesehen. Öffne und Geister-Tore hatte ich passenderweise noch reingepackt. Und die Duell-Academy kam ja auch mit Mace of Memories rein und passt natürlich perfekt hier zu dem Thema. Ja, dann war noch ein bisschen Platz frei und da habe ich dann einfach aus King's Court noch den Geheimnis von Triumph-Joker reingepackt. Ritter des Jokers fand ich nämlich auch eine sehr coole Karte. Und zwei dazugehörende Support-Karten, einfach weil ich da die Artworks auch schick fand, mit dazu gepackt. Ja, hier die Präastronautik-Sachen, beziehungsweise die Out-of-Place-Artefacts. Sammle ich auch sehr, sehr gerne. Habe auch schon viel dazu erzählt. Habe auch ein eigenes Video schon drüber gemacht, wo ich ein paar Hintergrundinfos zu der einen oder anderen Karte gebe. Gerade zu der chronomalen Scheibe habe ich sogar das Museum angeschrieben und mit der zuständigen Doktorin kurzzeitig mal geschrieben. War ganz witzig. Und dieses Jahr ist der Kristallschädel auf jeden Fall dazugekommen. Genau, jetzt verändert sich das Licht auch schon wieder so ein bisschen nervig. Und hier so ein paar Sachen, wo ich mir halt denke, dass das so ein bisschen mit angelehnt ist. Ja, Tempel der Sonne, das passt schon. Die ganzen antiken Völker haben die Sonne verehrt, da kann das mit rein. Denn Lemuria ist auch so ein antiker Mythos, sage ich schon mal. Und Stonehenge ist auch dieses Jahr dazugekommen. Ja, also da hat sich auch ein bisschen was getan. Ich glaube auch, dass chronomale Chateau, oh je, wie spricht man es aus? Chateau Huyuk oder so ähnlich. Das müsste auch dieses Jahr dazugekommen sein. Ja, und selbst gezogen habe ich natürlich diese Highlights hier. Einmal Amset, Ära des Horus in Secret Rare. Ja, den Duamutev, Segen des Horus in Secret Rare. Ja, und die restlichen sind jetzt nicht ganz so selten gewesen. Aber ich habe sie halt fast alle gezogen, bis auf Sarkophag des Königs. Den musste ich mir dann nochmal extra dazu kaufen. War aber nicht so teuer, von daher war das kein Problem. Genau, das war der Spezialordner. Und dieses Jahr hatte ich ja auch noch ein ganz besonderes Ordnerchen angefangen. Und zwar mein, ja, wie hatte ich es genannt? Ja, der Prismatic Secret Rare Ordner, beziehungsweise Promo Ordner oder so könnte man ihn nennen. Da haben wir dann einmal den Dunkle Magier aus dem, ja, Adidas Schuhen. Die Exodia aus DDS. Und dann wäre da noch Platz für eine andere Karte. Da müssen wir dann nochmal extra drüber reden, wie und was. Genau, und dann kommen halt die Sachen aus den Videospielen. Hier von Yugi, der Passion. Habe ich die ganzen Karten einmal vollständig. Es sind nur fünf gewesen, deswegen ist jetzt hier einmal so eine Lücke. Weiß ich noch nicht, wie ich die fülle. Habe aber schon eine Idee. Und dann folgen natürlich auch die anderen Charaktere mit ihren eigenen Videospielen. Und alles natürlich in dem fantastischen Prismatic Secret Rare, den ich auch so liebe. Ich habe über den Ordner auch schon eigentlich mehr als genug geredet, ein eigenes Video auch gemacht. Von daher würde ich hier auch relativ zügig durchgehen wollen. Da ist jetzt auch nicht mehr so viel dazugekommen seit dem letzten Mal. Also es ist quasi vollständig, die Sammlung. Ein, zwei Karten waren letztes Mal noch nicht drin, die jetzt da mit drin sind. Aber ich glaube, der Barrel Dragon, den habe ich extra nochmal erwähnt. Der kam noch mit dazu. Hier das komplette Xbox-Set ist mit dabei. Und dann sind wir schon auf der Spezialseite. Ne, genau, die drei sind noch dazugekommen. Ah, jetzt ist das hier mit der Kamera so ein bisschen blöd. Und ich kriege es jetzt aber auch vom Abstand her nicht besser hin. Der Ferry King Trostale ist dabei, der Kinetic Soldier und der Slate Warrior. Das Set habe ich jetzt auch vollständig. Ja, und dann gab es noch, habe ich mir dieses Jahr noch angeholt, den Gilford, den Blitz. Und dann noch eine Promokarte von den 7-Eleven-Aktionen, oder wie es sich nannte. Der Buster Klingkämpfer in diesem Chibi-Style, wo eventuell ja noch mehr hoffentlich kommt. Gut, übrigens auch Prismatic Secret Rare, falls man das jetzt nicht so erkennt. Das reflektiert ja sehr stark. Ja, und dann habe ich mir gedacht, packe ich mir natürlich auch noch die ganzen schönen Speed Duel Secret Rare Karten rein. Es ist einfach so, die Secret Rares beim Speed Duel sehen nochmal so viel besser aus als die regulären Secret Rares. Also man sieht es auch schon beim Flammensplattkämpfer. Es schimmert hier sogar schon durch die mehreren Hüllen komplett durch. Ich kann ja zum Beispiel auch mal den Rot-Eugen-Schwarzen-Drachen kurz nehmen. Ja, also selbst in der Hülle schimmert es schon richtig krass durch. Und es hat auch nochmal so eine glossy Beschichtung so ein bisschen. Also die Oberfläche ist nochmal etwas glänzender. Und also ich bin absoluter Fan von den Speed Duel Secret Rares. Ja, und ich habe auch das Dunkle Magier Mädchen gezogen in der Streets of Battle City Box. Hatte ich mal richtig Glück gehabt. Ja, Uria und so weiter, das hatten wir ja vorhin schon. Hatte ich hier nochmal das komplette Speed Duel Set. Und die restlichen Promos, die ich gezogen hatte, das war dann auch ein sehr schönes Highlight. Gerade legendärer Fischer und so gab es vorher noch nie in dieser Rarität. Und ja, damit wären wir am Ende des Überblicks meiner Sammlung, meiner Ordner angekommen. Wir könnten dann nochmal über die Spezialkarten reden, die ich dann noch extra habe. Die dann alle halt auch im Magnetic Case drin sind. Aber da würde ich mir ein extra Video zu wünschen. Oder mache ich ein extra Video zu und würde sagen, würde ich... Ja, für heute verabschiede ich mich von euch. Und wir hören uns dann im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin und ciao. 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 Vielen Dank.